Es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Ne, okay, Spannungsleute, in den letzten Tagen habe ich extrem viel erlebt, okay? Ich habe mich mit Ju getroffen, ich habe mich mit Hugo getroffen, ich habe mich mit Reeve getroffen, mit Julia und ich war zusammen mit ihr bei den Motor Games. Aber wir fangen erstmal ganz simpel an und zwar habe ich mich zuerst mit Ju getroffen. Drogen, 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 Drogen. So, willkommen zu dem allerersten Vlog von Maxify. Ein Mann, der immer durchsieht, ihr wisst, wenn ein Vlog kommt, dann kommt der nächste, nächstes Jahr. Pünktlich um dieselbe Uhrzeit, Freunde, du triffst morgen Julia Beautix. Ja. Was fällt dir ein? Was mir einfällt? Ja. Naja, dass wir davon noch zum Event gehen und davon noch Reeve treffen. Ja, geh mal hier weg, das Licht fällt nicht so gut. Okay, klar. Ja, so ist besser, so ist schöner, ja. Ah, guckt euch diesen. Wie viel ist dein Outfit wert? Tadel, auch so ein schöner Mann. Hier. Was ist das hier gerade? Das ist der erste Vlog, liebe Freunde. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wir starten diese Kanäle zusammen, machen wir ihn zusammen einfach. Sollen wir ihn zusammen machen? Wie heißt der Kanal? Der heißt Maxify. Plus, plus. Ganz kurz, deine Meinung zu meinen Haaren. Spielst du viel Minecraft, oder? Warum sagst du das? Das verstehe ich nicht. Sieht gut aus, Bro. Ich weiß, was du davor hast. Ich weiß, was schiefgelaufen ist. Ich sehe nicht. Ah, muss dem Ganzen Zeit geben. Haare brauchen Zeit, Haare brauchen Zeit zum Wachsen, Freunde, ja. Willst du einmal zeigen für die Kamera? Nee, ne? Nee, lieber nicht. Ich habe es einmal gemacht, ich mache es nie wieder. Und naja, dann war es für mich wichtig, dass ich mich beim ersten Treffen mit Julia nicht blamiere und habe in June auch den einen oder anderen Tipp gefragt, wie man sich beim ersten Treffen verhalten sollte. Also, morgen treffst du Julia Bütix. Was würdest du ihr sagen? Hi, ich bin Maxi. Ich kenne dich durch die Videos von June. Ja, okay, komm, das brauchen wir nochmal. Also. Ah, Julia Bütix ist immer so. Warte, ich zeige genau, wie Julia Bütix ist. Das ist Julia. Und ich gehe jetzt auf Julia zu und treffe sie, oder was? Digger, wie gehe ich da vor? Maxi Pfeil ist so häss... Ah, hi, ich bin der Maxi. Guten Tag. Hi. Ich habe nicht so viele Abonnenten. Ich hoffe, ich darf es trotzdem in eine Handschule drin. Hand schütteln. Äh, ja. Cringe. Echt? Scheiße. Durchgehen? Ja? Post oder? Stattowidring? Das dringend. Ein Video. Achso, das ist so. Ja, ich komme später. Ich muss ganz kurz zu meiner Freundin da drüben gehen. Also, das ist doch verkackt, was? Aber was habe ich falsch gemacht? Ich habe alles falsch gemacht. Wie, wie macht das? Okay, passt auf, passt auf, gib mir deinen Handy. Julia braucht, Julia muss einen Mangel vor sich haben. Okay, ich bin jetzt Maxi Pfeil, ja? Ja, ich bin jetzt Maxi Pfeil, ja? Ich kann das nicht. Warte, was ist ein Rolex, oder? Ähm. Daytona? Mehrere, wie du siehst hier. Ja. So. Okay. Ja. Das ist halt so random, alles. Wirklich, ich check auch nichts mehr. Ihr seht im Vlog dann, wie Maxi sich verhalten wird. Das müsst ihr filmen, ne? Das filmen wir direkt die erste Begrüßung. Ich filme einfach. Richtig, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du das machst. Was genau, das, was er gesagt hat? Ich lege auf jeden Fall mal 10 Euro drauf, meine Freunde. Ne, das kann ich nicht machen. Du bist hier. Du, der ist hier. Ja, das ist akkurat, ne? Ja, das ist ja akkurat. Naja, was soll ich zu den Tipps sagen? Ob ich es machen werde oder nicht, werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Videos sehen. Aber dann kam irgendwie auch irgendwie nur noch Käse von Drew. Guck mal, so kann ein Vlog laufen, oder? Oder was denkt ihr, Freunde? Schreibt's gerne in die Kommentare. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare. Schreibt mal irgendwie, weiß nicht, ganz schlimme Sachen. Drogen, Messer. Und jetzt einmal das Handy drehen. Jetzt sind wir im Hochkant angekommen. Mir gefällt das. Ich glaube, ich fang auch mal an mit so Vlogs. Meinst du, mir steht das? Mir wird das stehen, oder? Lüg einfach. Ja, das wird mir mega stehen. Ja, perfekt. Alles am Arsch hier. Der ganze Garten. Und der ganze Pool wurde zerrissen einfach vom Wind, Freunde. Alter, dass der Wind so stark sein kann. Ach, das ist der Hochkant noch, ne? Sorry. Ja, ja, alles gut. Ja, du kannst ja links, rechts irgendwie Texte einblenden, oder so. Keine Ahnung, wie die Fehlerartikel von Wiese, oder so. Zwischen uns beiden muss wirklich wieder viel mehr Content kommen. Safe. Aber das war es erst mal mit Tag 1. Am nächsten Tag war ich im Hotel, und ich sag mal so, hier kriegt ihr erstmal eine kleine Roomtour, damit ihr auch wisst, wo ich die letzten Tage gedreht und mit den anderen gechillt habe. Es gibt einfach niemanden, eigentlich. So, das hier ist mein Zimmer, mein Koffer, mein Zimmer. Es ist halt absolut, äh, unbesonders. Es ist halt einfach ein ganz normales Zimmer. Hier werden wieder, äh, ha, ha, ha. Besondere Videos sehen? Nee, Spaß. Und, äh, ja, sonst ist hier eigentlich echt viel, gar nichts Besonderes. Hallo. Und ich habe hier noch ein absolut krasses Badezimmer. Es ist nur besonders, ich weiß. Ja, und das ist eine Toilette. Nee, nein, 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 nein. Junk. Junk. Nach der Roomtour habe ich dann erst mal mit Hugo und Reeve gedreht und es war besonders, sagen wir es mal so. Digger, wie seid ihr überhaupt in mein Zimmer reingekommen? Ja, ich gewinne halt wirklich, ne? Sicher? Also, sag mal dein Favoritenteam. Sitzt hier. Na, das ist klar. Ich kann nicht mal normal Auto fahren. Äh, sie? Ja. Ich kann nicht mal gut fahren. Ich fahre sehr gut, Hugo. Hugo, ich schwöre, ich fahre besser als du. Okay, ich habe auch eine Delle. Okay, wir drehen jetzt, ja? Ja, Mann. Ja, Mann. Keine Vlogs mit Handy. Ich habe kein Geld für eine Kamera. Das ist das krasseste, was man warten kann. Lass dir jetzt mal ein Like, damit der arme Mann sich mal eine Kamera kauft. Oh, Mann. Ich denke, er ist echt wichtig, Bro. Oh, Mann. Ach, das ist scheiße. Oh, Mann. Oh, verdammt. Okay. Das ist mein Pipi, Mann, by the way. Und nach dem Dreh zwischen Hugo, Reefd und mir, war es endlich soweit. Julia ist legit gleich da, nochmal vor 10 Minuten. Ich werde natürlich alles direkt filmen. Wird wahrscheinlich super awkward, aber egal. Finn, du musst die Kamera für mich übernehmen, okay? Das wird jetzt so giga awkward, aber egal. Hallo. Guten Tag. Hi. Wie geht's? Super. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Ja, wie geht's auch gut. Komm rein. Ja, aber schönes Zimmer habt ihr hier. Ist ja richtig geräumig. Sorry. Oh, okay, okay. Du hast mir Tipps gegeben, wie ich die Brüchen war, aber ich habe irgendwie anders gemacht, als er gesagt hat. Nee, der macht das auch immer so, aber ist auch weird. Nee, er meint, egal. Was hat er... Nee, 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 ist egal. Lieber nicht, lieber nicht. Abbrechen, abbrechen. Macht es Spaß, mit mir zu drehen? Nee, ist voll schlimm. Echt jetzt? Fündest du wirklich immer ganz schärfig? Nee, Spaß, aber die Katze ist süß. Na, die ist cool, oder? Findest du den Hamster? Nee, die Katze finde ich besser. Ja? Nee, die Katze kann man leider nicht sehen gerade. Ja, das stimmt. Immer noch nicht. Schade, ich dachte, man geht ins Spiel. Nee. Du bist das nicht so verrückt. Wer hätte das gedacht? Aber guck mal, ich kann das machen. Was kannst du... Wie willst du das machen? Oh ja, true. Guck, die Katze. Die ist cool. Die ist cool. Die ist cool. So wie du. Du bist auch cool. Jetzt sind wir beide cool. Okay, das war's. Was machst du denn da? Keine Ahnung. Scheiß auf. Trolli. Okay, wir drehen jetzt. Letzt Dreh. Letzt Dreh. Du machst es immer so, dass es dann falsch rum ist. So rum, richtig? Ja, also glaube ich, oder? Wenn du so machst, dann ist es... Ach egal, mach einfach dein Ding. You do you. Okay, perfekt. Bis später. Tschüss. Magst du mir das Lücken geben, wie es war? Verstörend, einengend und auch wirklich sehr niedrigend. Hattest du wenigstens Spaß? Ja. Wunderbar. Wenigstens eine Sache. Hallo, was? Wie war es mit mir? Was ist mit dir? Wie war es mit mir? Das war wunderbar. Diese Reaktion wollte ich haben. Ja, bin ich das. Na ja, und dann hast du die beide dann zu den Motorgames von Kevin gefahren und ich sag mal so, die waren echt geil. Wir begrüßen Sie bei der Platte, was ist das denn? Das ist bestimmt dieses Techno-Ding jetzt gleich, oder? Ja, true. Das wäre krass. Ja, das wollen wir sehen. Ist er da drin? Wie geht's mit mir, der springt? Komm, wo wir gehen! Das ist ja geil. 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 Hier sieht man auch scheiße auf mir. Bin nicht ehrlich. Ich bin total süß. Weiß nicht. Du willst jetzt noch einmal deine Fans und die Zuschauer hier begrüßen. Hier in Oberhausen. Das sind deine Fans. Danke und Gedeifung. Kein Ding, Bro. Kein Ding. Ich weiß doch, dass das sogar triff wird. Oh mein Gott, die kenn ich von vorne ab. Hey, wir fangen mal da rein, Junge. Ja, so. Einfach rein, Ruhe. Oh ja, das ist geil. Das ist cool. Das gefällt mir, wenn sie Crash machen, das ist cool. Ich glaube mehr als zwei. Aber man fährt ja normalerweise nur drei, oder? Das ist bei Mario Kart so. Ja, das stimmt. Das hört sich bei Mario Kart so. Ah, 15 Runden. Ah ja, das ist beim Kartfahren so. Beim normalen Kartfahren ist das so. Man fährt wirklich 15 Runden. Wir sind gerade bei Runde 8, glaube ich. Ach du Scheiße. Hey, haben die keinen Rückwärtsgang? Haben sie nicht? Ja, jetzt haben wir keinen Rückwärtsgang. Hey, warum? Danke. Danke. Jiga, du trinkst gerade einfach Pisschen, ne? Das weißt du von dem Elefanten. Zwiebel, geil. Ich hab auch einen gemacht. Jiga hat auch einen gemacht, ne? Noch besser. Aber ich hab gesund gegessen gestern, deswegen ist es nicht so schlimm. Viele Nährwerte. Egal was drum ist. Okay. Okay, ich sag gar nichts dazu. Ich enthalte mich einfach mal. Holy shit. Was rangen die alle so aus? Ja, wir sind aggressiv. Die werden sauer. Das ist noch nicht wahr sein. Wir hören 7, 7, 7, 7, 7. Das war von Drivex an. Baby holt es. Dingsding. Zweiter Platz nur. Was denn da los? Aber zweimal Zweiter ist quasi Vierter. Die Motor Games waren wirklich übergeil. Und die ganzen Drehs waren auch einfach so crazy. Und das erste Treffen mit Yuya war auch so weird, aber auch so witzig. Und die Harmonie zwischen uns beiden ist auch wirklich, keine Ahnung, crazy. Ihr habt das Gefühl, wir sind direkt auf den gemeinsamen Ländern gewesen. Deswegen auf jeden Fall danke auch mal an Yuya für die Drehs. Hat super, super, super Spaß gemacht. Danke an Kevin für die Einladung zu den Motor Games. Danke an Hugo Reift und Ju, dass ihr auch mit mir die Zeit irgendwie ertragen habt. Und ja, ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da für weitere Vlogs. Und wir sehen uns dann bei den kommenden Videos, die super cool sein werden. Und vergesst nicht bei Instagram vorbeizuschauen. Da habe ich mich mit mit Yuya hochgeladen. Und ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann beiß ich euch alle. Ich beiß euch die Zunge ab. Ich beiß euch das Auge raus. Ich knabba an euren kleinen Öhrchen. Was mach ich hier? Egal, bis dann. Ciao. Drogen, 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 Drogen.